Kennst du das auch, dass du manchmal Tage hast oder Momente hast, wo du am Schreibtisch sitzt und einfach keinen Bock hast auf das, was du gerade tust? Du suchst Möglichkeiten, dich abzulenken, du würdest lieber spülen oder mit dem Staubsauger durch die Wohnung rennen, anstatt das zu machen, was du eigentlich machen sollst? Darum geht das Video heute. Hallo und einen wundervollen guten Tag. Ich bin Tobi Grick und eine der Sachen, die ich momentan mache, ist, dass ich andere selbstständige und veränderungsbereite Menschen coache und ihnen weiterhilfe, sich persönlich weiterzuentwickeln und im Business weiterzuentwickeln. Und ein Engpass, ein Problem, was ich immer wieder feststelle, was ganz viele haben und was ich auch immer wieder habe, ist, dass als Selbstständiger ich zu Hause in meinem Homeoffice am Schreibtisch sitze, vielleicht ist da auch ein eigenes Büro oder so, und dass es viele Aufgaben zu tun gibt, die wir tun müssen vielleicht, obwohl wir gar nicht so wahnsinnig viel Bock dazu haben. Für viele ist es dann Akquise oder das Erstellen von Inhalten oder Buchhaltung, Finanzen. Und es immer wieder Momente gibt, wo wir nicht top motiviert sind und alles dafür tun, um uns davon abzulenken. Und ich meine, ich kenne das manchmal von mir, ich würde manchmal lieber in die Küche gehen und das Geschirr von Hand spülen, obwohl ich eine Spülmaschine habe, oder saugen oder alles Mögliche machen, um zu verhindern oder um Ausreden zu finden, das zu tun, was ich tun will. Manchmal habe ich einfach keinen Bock. Und übertrage das gerne auf dich, aber ich kenne das auch. Dann sitze ich da mit meinem Handy und müsste eigentlich ein paar Leute anrufen oder Akquise Nachrichten schreiben oder sowas. Und ich sitze dann da so und merke, dass ich keine Lust habe und versuche mich dann dazu zu zwingen, es zu tun. Und merke eigentlich immer, wie der Widerstand größer und größer und größer wird. Und die Frage, die ich immer wieder bekomme und wo ich auch bei mir selber gucke, ist, wie schaffe ich es jetzt, mich trotzdem zu motivieren, um mit diesen negativen Gefühlen umzugehen? Oder wie schaffe ich es, dass es leichter wird, die Dinge zu tun, auch im Business, die ich eigentlich gar nicht tun möchte? Und ich möchte jetzt ein Stückchen dabei helfen, zu verstehen, warum das so ist, warum du manchmal keinen Bock drauf hast und was du tun kannst, um mit diesen Problemen oder mit dieser Herausforderung umzugehen. Dein Verhalten und deine Gefühle im Business haben Gründe. Das kommt irgendwo her. Und meiner Meinung nach, das Schlimmste, was du jetzt tun kannst, wenn du dich so fühlst, ist es, mit Gewalt dagegen anzukämpfen. Wenn du also am Schreibtisch sitzt und du merkst, du hast keinen Bock und du suchst nach Ablenkung und du fängst jetzt die ganze Zeit an, dich dazu zu zwingen und durchzuboxen und weiterzumachen, dann wird das, was du bekämpfst, dieses unmotiviert sein, dieses Gefühl von keinem Bock, wird immer stärker. Und das kostet dich so viel Energie und so viel Kraft, dass du irgendwann komplett aufgibst und vielleicht gar keinen Bock mehr hast und erst mal zwei Tage Auszeit brauchst. Stell dir das so vor wie bei einem Auto. Vielleicht hast du das ja auch schon erlebt. Es regnet, du fährst irgendwo durch den Wald oder durch eine Gegend, wo du eben nicht so schöne befestigte Straßen hast, sondern alles ist mehr so ein bisschen Matsch und Schotter und du fährst durch so eine Pfütze und das Auto fährt sich fest. Du hast vielleicht geparkt und willst wieder losfahren, das Auto hat sich festgefahren. So, wenn du jetzt so handelst, wie du vielleicht bis jetzt gehandelt hast, dann gibst du richtig Vollgas, du versuchst richtig jetzt hier Gas zu geben und Gang rein und Knallgas und du merkst, wie nach und nach das Rad sich eigentlich immer tiefer in den Schlamm reinfrisst, anstatt dass du dich da rausfährst. Das heißt, du fährst dich immer tiefer in die Scheiße, anstatt die Ursache für das Problem zu beheben. Was du jetzt im Fall von dem Auto lieber machen könntest, Auto, was du jetzt im Fall von dem Auto machen solltest, ist, du solltest aussteigen, solltest dir die Situation angucken mit dem Reifen und vielleicht nimmst du da ein bisschen Holz oder irgendwelche Hilfsmittel, die du hast, legst die unter die Reifen und gehst da mit ein bisschen Intelligenz ran und schaffst es so, das Problem oder die Ursache für den Stillstand mit dem Auto zu beheben. Ansonsten fährst du dich vielleicht so fest, dass du gar nicht mehr da rauskommst. So oder so ähnlich ist es aber auch im Business. Du hast dich in eine Situation gebracht, wo deine Gefühle, dein Körper, irgendwas in dir sich wehren will vor der Aufgabe, die du gerade machst. Zum Beispiel Akquise oder Buchhaltung. Und du würdest gerade alles andere lieber machen als das. So und anstatt, dass du jetzt aussteigst und dir das Problem genau anguckst und es behebst, versuchst du dagegen zu halten und Gas zu geben und irgendwie dieses Gefühl so zu unterdrücken. In dem Glauben, dass du dann trotzdem produktiv das mal irgendwie geschafft bekommst. Und das ist ein Irrglaube. Du solltest viel lieber aussteigen, dir das Problem angucken, beheben und dann wieder mit neuer Motivation und mit Kraft weitermachen. Das heißt, das nächste Mal, wenn du keinen Bock hast, das nächste Mal, wenn du merkst, dass du dich gegen das wehrst, was du gerade tust, geh mit dem Flow. Also wenn sich was in dir wehrt, das zu tun, dann tue es mal nicht und nimm mal einen Schritt zurück und anstatt jetzt einfach irgendwie zu Netflixen und einfach irgendwas zu machen, um dich abzulenken, nimm dir das Tagebuch und schreib mal raus, warum du dich gerade so fühlst. Versuch diesem Problem auf den Grund zu gehen. Manchmal reicht es auch einfach schon mal festzustellen und aufzuschreiben, dass du dich so fühlst und dass du keinen Bock hast auf die Aufgabe und dass ich gerade alles versucht in dir zu wehren und du merkst, wenn du diesen Druck rauslässt, allein schon durch das Schreiben und wie so ein Detektiv so nach und nach auf die Suche gehst, was da eigentlich hinter steckt, wird dieses Gefühl, diese Power, diese Kraft, diese Zugkraft, die dich davon abhält, das zu tun, nach und nach verlieren und dir fällt es danach leichter, wieder mit etwas mehr Ruhe und Gelassenheit an diese Aufgaben zu gehen. Gewöhn dir das als generelles Prinzip an. Wenn du Druck erlebst von potenziellen Kunden, von Business, von deiner eigenen Art und Weise, wie du denkst, versuch nicht dagegen anzukämpfen, versuch nicht mit Gegendruck zu arbeiten, sondern akzeptiere das und sei wie so ein Judo-Kämpfer, der quasi die Kraft des Schlages, der kommt, absorbiert und mit zurückgeht und dann zurückschlägt. Weil Druck erzeugt Gegendruck und wenn du gegen deine Gefühle arbeitest, werden diese Gefühle stärker. Ein anderes Bild, was mir stark geholfen hat, ist das Bild von einem Kind, was Aufmerksamkeit will. Wenn ein kleines Kind oder ein Baby im Nachbarraum schreit, ist der Grund, dass es schreit, meistens, dass es Aufmerksamkeit will in einer Art und Weise. Hunger, Schmerzen, was auch immer, aber das Schlimmste, was du tun kannst, ist da dem Kind auf die Fresse zu hauen und zu sagen, jetzt sei still, sondern du gehst hin und schenkst dem Kind erstmal Aufmerksamkeit. Und wenn in dir sich was wehrt, auch emotional, dann fang an, dich dafür wertzuschätzen und dir Aufmerksamkeit zu geben und ein Tagebuch meiner Meinung nach und das Schreiben ist eine sehr gute Art und Weise, dieses Thema schnell zu definieren, aber auch schnell diesen Druck abzulassen. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Verhaltensweise, dieses keinen Bock zu haben oder dieses etwas nicht tun zu wollen, hat ja Gründe. Und wenn du jetzt die ganze Zeit dagegen ankämpfst oder so schnelle Motivationstricks anwendest so nach dem Motto, ich atme jetzt fünfmal durch und mache es dann trotzdem, was bestimmt ab und zu gut ist, was ab und zu funktioniert, das ist so, wie wenn du eine schwerwiegende Krankheit im Kopf hast und die ganze Zeit einfach nur Tabletten schluckst, die den Schmerz zudecken, anstatt an der Ursache zu arbeiten. Weil deine nicht hilfreichen Emotionen und Gedanken, die dich abhalten wollen, die haben eine Funktion, die kommen irgendwo her, die haben Gründe. Und es könnte sein, dass zum Beispiel bei der Akquise, wenn ich von mir ausgehe, wenn ich das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein, was irgendwo daherkommt, dass ich vielleicht in meiner Jugend, in meiner Kindheit abgelehnt worden bin, wenn ich so war, wie ich sein wollte, auf den Sack bekommen habe, dass jetzt mich diese innere Stimme und diese Gefühle davon abhalten wollen, das wiederzuerleben und mich deswegen nicht mehr konfrontieren will mit Akquise, mit Ablehnung, mit dem Nein von anderen Menschen. Indem ich dann aber jetzt nicht dagegen ankämpfe, sondern mich bewusst zurücknehme und das reflektiere und mir das bewusst mache, kann ich mich auch emotional davon distanzieren und bin dann eine halbe Stunde später wieder in der Lage, Akquise zu machen, ohne von diesen negativen Gefühlen zurückgehalten zu werden. Probier das das nächste Mal mal aus, wenn du wirklich merkst, in dir wehrt sich gerade alles das zu tun, dann kämpf nicht dagegen an, zieh dich ein bisschen zurück, schreib deine Gedanken und Gefühle, die du gerade spürst, in dein Tagebuch, schreib dir das von der Seele oder mach es wie ich, geh einfach eine Runde spazieren, tank auf und kämpf nicht gegen deine Gefühle und gegen deine Gedanken an. Das ist ein Kampf, den du langfristig immer verlierst. Um diesen Prozess noch ein bisschen zu erleichtern, hast du natürlich auch die Chance, mit so ein paar einfacheren Tricks zu arbeiten, wie Atemübungen zu machen, dir die geilste Musik, die du dir vorstellen kannst, auf die Ohren zu knallen, durch die Wohnung zu danken und alles zu tun, um diesen emotionalen State, dieses gefühlte, so geht es mir gerade, wieder auf ein Level zu bringen, dass du ready bist, dass du bereit bist, wieder zu performen. Mach das aber nicht, um deine wahren Gefühle und Gedanken runterzuspielen und zu überspielen. Das kannst du machen, um so einen Quick Fix zu haben. Das heißt, wenn du jetzt in Terminen bist und du hast irgendwas, was es dir schwer macht, dir jetzt die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und dich rauszuziehen, spazieren zu gehen, dann nutze solche Möglichkeiten wie fröhliche Musik, eine Power Pose, tanzen, boxen, schreien, mit dem Kopf gegen die Wand rennen oder einfach gezwungenermaßen lächeln, um wieder in einen emotionalen State zu kommen, wo du ready bist und wo du performen kannst. Aber nimm dich dann halt danach kurz raus und geh auf die Suche, was dir dieses Gefühl sagen will, warum sich in dir irgendwas dagegen wehrt, gegen das, was du gerade tun willst. Einfache Merkregel, was wir bekämpfen, wird stärker. Also hör auf, dich für deine Gefühle und Gedanken fertig zu machen, sondern nimm dich zurück, reflektiere, geh dem auf den Grund und dann mit neuer, frischer Energie, hau wieder so richtig rein. Wenn du Fragen dazu hast, schreib gerne unten in die Kommentare. Ich will auf alles, was da abgeht, Bezug drauf nehmen. Wenn du ein persönliches Gespräch haben willst, ich biete für alle, die wirklich interessiert sind, zu wachsen und sich zu verändern, sowohl beruflich als auch persönlich, ein kostenloses Coaching für eine halbe Stunde an, klick gerne auf den Link hier unten in der Beschreibung. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen und wünsche dir jetzt einen grandiosen, produktiven und schönen, erfolgreichen Rest des Tages. Mach's gut!